Heute schauen wir uns die beiden wichtigsten und legendärsten Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs an. Über 30.000 Messerschmitt Bf 109 und 20.000 britische Supermarine Spitfire wurden produziert. Wie gut die beiden im Vergleich abschnitten, ist seit Jahrzehnten diskutiert. In diesem Video seht ihr eine technische Analyse der beiden Jägertypen. Da sich beide im Lauf der Zeit stark veränderten, habe ich den Zeitpunkt der Luftschlacht um England 1940 ausgewählt. 1940 kämpften britische Harker Hurricane, britische Supermarine Spitfire und die deutsche Bf 109 um die Luftherrschaft. Dabei kamen 370 Hurricane, 257 Spitfire und 858 einsatzbereite Messerschmitt 109 zum Einsatz. Allerdings gab es diese Maschinen auch in unterschiedlichen Varianten, wobei bei der Messerschmitt 109 in der Literatur und auch in der Aktenlage eindeutig die Varianten E3 und E4 in der größten Zahl vorhanden waren. Bei der Spitfire war das die Mark 1a, also eine Variante, die wesentlich über den Stückzahlen der 1b und 2a lag. Und diese beiden Varianten werden wir heute vergleichen. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, was waren denn eigentlich die wichtigsten Kenndaten für ein Jagdflugzeug der damaligen Zeit, dann waren das Geschwindigkeit, Steigleistung, Sturzflugfähigkeit, Reichweite, Kurvenfähigkeit und wichtig das Schießen bzw. die Bewaffnung oder auch die Feuerkraft genannt. Die Abmessungen beider Flugzeuge müssen wir uns am Anfang auch nochmal kurz vor Augen halten, denn die waren in einem Punkt sehr unterschiedlich und das betrifft die Tragflächen. Die Spitfire hatte eine wesentlich größere Tragfläche mit 22,5 Quadratmeter Flächeninhalt und einer Spannweite von 11,23 Metern. Da sieht man, dass die Messerschmitt 109 deutlich kleiner war. Die Frage ist, was sich daraus ergibt, nicht viel. Man könnte jetzt vermuten, die Spitfire hätte mehr Luftwiderstand. Tatsächlich war der Luftwiderstand der Spitfire doch geringer, weil der CW-Wert deutlich niedriger lag als bei der Messerschmitt 109. Das heißt also, der Luftwiderstand, den die Spitfire qualitativ erzeugte, also durch ihre aerodynamische Form, war günstiger als bei der Messerschmitt 109. Und dadurch glichst sich das wiederum aus. Schauen wir uns nochmal an, welche Gewichtsdaten wichtig sind für beide Flugzeuge, denn das Gewicht spielt ja auch eine große Rolle für das Erreichen bestimmter Flugleistungen. Und generell kann man sagen, dass die Spitfire einen Ticken schwerer war als die Messerschmitt 109. Die Motorleistung, die da dieses Gewicht wuchten musste, war bei beiden Flugzeugen relativ gleich. Allerdings hatte die Spitfire den Vorteil der geringeren Flächenbelastung von nur 122 Kilogramm pro Quadratmeter. Das ist also ungefähr um ein Viertel besser als bei der Messerschmitt 109. Hier zeigt sich dann der Vorteil des größeren Tragflügels. Allerdings das Gewicht der Spitfire, hatte ich schon erwähnt, etwas schlechter als bei der Messerschmitt 109, etwas schwerer. Und das führt zu einer schlechteren Leistungsbelastung. Das heißt also, ein PS-Spitfire-Motor muss mehr Kilogramm in die Luft heben als bei der Messerschmitt 109. Wobei auch hier der Unterschied nicht allzu groß ist. Nachdem wir uns diese groben Parameter mal angeschaut haben, gucken wir uns noch mal kurz die Motoren an. Die Messerschmitt 109 hatte einen DB601A, also einen Daimler-Benz-Motor. Und die Messerschmitt einen Rolls-Royce Merlin 3 Flugmotor. Und über die Höhe betrachtet, sehen die Flugleistungen dann wie folgt aus. Die Messerschmitt 109 hat eine erhöhte Kurzleistung, die nur eine Minute zur Verfügung steht, ungefähr im Bereich von 1100 bis 1200 PS. Dann gibt es die sogenannte 5-Minuten-Kurzleistung. Das ist also sozusagen die eigentliche kurz zur Verfügung stehende Leistung für 5 Minuten. Die liegt so im Bereich zwischen 1000 und 1100 PS. Und dann haben wir die Dauerleistung, die für 30 Minuten verfügbar ist. Die liegt dann noch mal etwa 100 PS darunter. Bei der Spitfire ist so eine Standardleistung, die man mit der deutschen 5-Minuten-Kurzleistung vergleichen kann, dann etwas schlechter in Bodennähe und auch schlechter in der Höhe. Aber im mittleren Höhenbereich hat sie einen Vorteil. Da sieht man, dass also die Kurve sich in Höhen zwischen 5.000 und 6.000 Meter deutlich ausboilt zugunsten der Spitfire. Und dann gab es noch auch so eine Art Sondernot-Kurzleistung, wie auch immer man das nennen will. Die ist wohl aber sehr selten zum Einsatz gekommen. Da hat dann die Spitfire schon gerade in geringen Höhen einen enormen Vorteil. Das hat auch was damit zu tun, dass der Spitfire-Motor schon mit 100 Oktan flog, während der deutsche Motor nur mit 87 Oktan Treibstoff betrieben wurde. Indem wir uns die Motorleistung angeschaut haben, werfen wir einen Blick auf die Geschwindigkeit, der wohl wichtigste Kennwert der damaligen Jagdflugzeuge. Und ich unterscheide hier in die Spitfire mit Verstellpropeller und in die Spitfire mit Festpropeller. Dazu muss man sagen, dass 1940 alle Spitfires bereits mit Verstellpropeller flogen während der Luftschlacht um England. Das heißt also, man darf nicht glauben, dass es Spitfires noch mit Festpropeller gab. Aber ich habe trotzdem den Festpropeller mit erwähnt, weil nämlich in der Literatur häufig Geschwindigkeitsangaben kommen, die von diesem Flugzeug stammen, also von Spitfires mit Festpropeller. Und ich möchte hier mal den Unterschied erläutern. Das ist also der Wert für die Spitfire mit Festpropeller. Das ist relativ schnell für die damalige Zeit, über 580 kmh. Schauen wir uns jetzt aber die Spitfire mit Verstellpropeller an, sehen wir, dass es da eine geringere Geschwindigkeit gibt von ungefähr 570 kmh. Und der Punkt an der Sache ist, dass wir uns natürlich die Frage stellen müssen, warum die Spitfire einen schlechteren Propeller quasi bekommen hat. Also warum haben die Briten der Spitfire einen Propeller gegeben, der das Flugzeug etwa 10-15 kmh langsamer macht? Und zum Vergleich nochmal die Geschwindigkeitswerte der Messerschmitt 109. Da sieht man, dass die Messerschmitt etwas schlechter liegt, aber man kann schon sagen, die Flugzeuge bewegen sich dann schon in einem ähnlichen Geschwindigkeitsbereich. Und wenn wir uns jetzt die Steigleistung anschauen, dann sehen wir den Grund, warum die Spitfire einen Verstellpropeller bekommen hat. Denn das ist die Steigleistung der Spitfire mit Festpropeller. Das ist die Steigleistung der Spitfire mit Verstellpropeller. Also das ist ein deutlicher Zuwachs. Am Boden von 8 m pro Sekunde maximal Steigleistung auf 14, könnte man jetzt sagen, ist fast eine Verdoppelung. Und das war auch bitter notwendig, denn wenn man sich die Steigleistung der Messerschmitt 109, die immer einen Verstellpropeller hatte, anschaut, sieht man, dass die Steigleistung der Spitfire damit in eine ähnliche Region kam wie die Steigleistung der Messerschmitt 109. Mit Festpropeller dagegen hatte die Spitfire im Steigen keine Chance. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen, ist die Reichweite. Die Reichweite wird im Wesentlichen durch den Treibstoff definiert. Die Verbrauchsleistung der beiden Motoren war nicht gleich, aber ähnlich. Und bei der Spitfire haben wir einen 84-Gallon-Tank. Das sind umgerechnet 382 Liter oder 286 Kilogramm Treibstoffgewicht. Bei der Messerschmitt 109 liegt der Wert leicht günstiger mit 88 Gallon 400 Liter Treibstoff oder 296 Kilogramm Treibstoffgewicht. Ja, da kann man sagen, beide Muster liegen hier gleich auf. Beim Kurven dagegen sind die Unterschiede dann schon beträchtlich. Und zwar gibt es eine britische Berechnung in einer Höhe von 3.658 Meter. Das ist ein etwas krummer Wert, hat etwas damit zu tun, dass die britische Berechnung auf einem gerundeten Fußangabe beruht. Das heißt, die Briten haben natürlich das imperiale System, nutzen also Maße wie Fuß, Meilen und so weiter und so fort. Und da sieht es so aus, dass die Spitfire einen Durchmesser im Kurvenratius hat von 424 Meter, während die Messerschmitt 27% darüber liegt und 570 Meter Kurvendurchmesser braucht. Das ist also deutlich schlechter zugunsten der Spitfire. Ja, hier rächt sich einfach die hohe Flächenbelastung der Messerschmitt 109. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel in deutsche Akten guckt, was die dazu sagen, sieht man, vor Kurvenkampf muss bei dem Muster BF 109 in jedem Fall gewarnt werden. Alle drei ausländischen Flugzeuge, Hurricanes, Spitfire, Curtis, haben bedeutend kleinere Kurvenradien und Kurvendrehzeiten. Also das ist auch etwas, was die deutschen Experten eindeutig anerkannt haben. Aber die Spitfire hatte einen Handlingnachteil beim Kurven, denn wie James Holland in seinem Buch und Dokument zitiert, wenn also das Überziehen eintrat, also das heißt, das Flugzeug beim Kurven ans Limit kam und drohte abzukippen bzw. die Strömung abzureißen, dann drohte die Spitfire ein Violent Flick auszuführen. Und das würde in einem ernsthaften Verlust des Vorteils in einem Kampf führen. Was heißt das? Was ist so ein Violent Flick? Ich habe hier mal so eine schematische Spitfire im Kurvenflug eingeblendet, das heißt also, die Spitfire hat eine extreme Schräglage und wenn der Pilot das Flugzeug überzieht, dann kann Folgendes passieren, die Spitfire schlägt so um, wechselt also die Richtung und damit ist natürlich der Vorteil, den die Spitfire beim Kurven hat, gegenüber einer Messerschmitt 109 erstmal dahin. Das ist eben das, worauf der britische Report hinweist. In diesem Zusammenhang gibt es noch einen weiteren Punkt zu beachten und zwar hatte die Messerschmitt 109 beim Handling einen Vorteil, die sogenannten Sluts oder Slets oder Vorflügel, die automatisch auffuhren bei hohen Anstellwinkeln im Kurvenflug. Ich habe die hier mal gekennzeichnet und die befanden sich also an den Außenenden der Flügel, fuhren aus und haben das Flugzeug stabilisiert. Sie haben nicht mehr Auftrieb produziert, das wird manchmal behauptet, das haben sie vielleicht auch gemacht, aber nur in einem ganz geringen Umfang. Also sie können ja nicht einfach den Tragflügel wesentlich vergrößern, sondern die wichtigere Funktion dieser Vorflügel ist, dass sie das Handling im Extremflugbereich verbessern und somit den Piloten ermöglichen, das Flugzeug besser auszureizen. Das heißt also, gerade wenn zwei ungeübte Piloten aufeinander getroffen sind, dann hatte der an der Messerschmitt in der Regel einen Vorteil, weil er das Flugzeug einfacher ausreizen konnte. Und das hat sicherlich den Kurvenvorteil der Spitfire dann doch wieder etwas reduziert. Der nächste Punkt, den wir uns anschauen, ist das Stürzen. Dann habe ich erstmal einen Blick in die Handbücher geworfen mit den Maximalgeschwindigkeitsangaben des erlaubten Sturzflugs. Und da sieht man, dass die Spitfire leicht unterlegen ist. Sie hat also eine Angabe von 450 Meilen pro Stunde oder 724 kmh und bei der Messerschmitt sind es 750 kmh. Dazu muss man aber wissen, dass in den Flugbüchern in der Regel gerundete Sicherheitswerte angegeben werden. Und die Spitfire ist hier einfach mit 450 Meilen pro Stunde, ja, ist das einfach dann eben in Deutsch 724 kmh. Allerdings, es gibt Flugtests, die zeigen, dass die Spitfire deutlich höhere Machzahlen und zwar bis Mach 0,89 erreicht hat. Bei der Messerschmitt 109 sollen es nur Mach 0,8 gewesen sein. Das heißt, das war ja damals bei den Geschwindigkeiten so 8,900 kmh im maximalen Sturzflug bei den Flugzeugen dann schon ein Problem, dass da eben diese Schallmauereffekte eintraten. Und bestimmte Flugzeuge wie die Spitfire haben das einfach besser hingekriegt als die Messerschmitt 109. Und das findet man auch manchmal in Pilotenbeschreibungen, dass nämlich die Spitfire bei sehr hohen Geschwindigkeiten besser stürzte als die Messerschmitt 109. Aber der Nachteil der Spitfire, wenn wir uns so eine Sturzflugbahn mal vor Augen halten, besteht vor allen Dingen am Anfang des Sturzes. Denn der Rolls-Royce Merlin hatte Motoraussätze. Das hat was damit zu tun, dass es sich um einen Vergasermotor handelt, dessen Gasgemisch bei einem simplen Andrücken nach unten, nach oben fliegt. Und dann kann der Motor dieses Gasgemisch nicht mehr richtig verbrennen. Der deutsche Flugmotor der Daimler-Benz war sehr modern, der hatte schon eine Einspritzung. Und diese Einspritzung hat eben verhindert, dass der Motor bei solchen negativen Gehkräften aussetzt. Außerdem hatte die Spitfire, soweit man das sagen kann, eine langsame Beschleunigung. Aber wie gesagt, am Ende der Sturzflugbahn bei sehr langen und sehr schnellen Stürzen hatte die Spitfire dann wahrscheinlich doch wieder einen Vorteil. Das heißt, im Stürzen würde ich schon sagen, dass die Messerschmitt trotz allem den taktischen Vorteil hatte. Denn im Sturzflug kam es ja vor allen Dingen darauf an, entweder sich vom Gegner abzusetzen oder ihn einzuholen. Und da ist diese Anfangsbeschleunigung sehr wichtig. Dieser Vorteil ist vielleicht nicht so groß, wie er manchmal in der Literatur beschrieben wird. Aber er besteht. Allerdings, wenn der Spitfire-Pilot viel Höhe unter sich hatte und eben sehr schnell stürzen konnte, dann konnte er sich vielleicht doch wieder absetzen bzw. eine entkommende Messerschmitt 109 einholen. Der nächste Fakt, den wir uns anschauen, sind die Steuerkräfte. Das bedeutet, wie viel Kraft brauchte denn der Pilot, um das Flugzeug zu bewegen. Wir finden bei deutschen Testangaben, also eine Kritik der Steuerdrücke bei der Spitfire, die also als sehr hoch gelten und schlechter als bei der Messerschmitt 109 sei. Allerdings finden wir das auch umgedreht bei den britischen Angaben, die also der Bf 109 unterstellen, zumindest, dass sie ab 400 Meilen pro Stunde quasi festgefrorene Ruder hätte und man sehr viel Kraft brauchte, um die zu bewegen. Wenn man das mal versucht zu subsumieren, kommt man zu dem Schluss, dass es wohl bei beiden Flugzeugen einfach ein Problem mit den Steuerkräften gab, bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Die waren einfach nicht auf diese Sturzflüge ausgelegt mit 6, 7, 800 kmh. Ja, und das hat eben die Probleme verursacht. Schauen wir uns als nächstes die Feuerkraft an. Die Feuerkraft bestand bei der Spitfire aus 8 Maschinengewehren, die in den Tragflächen verteilt waren, bei der Messerschmitt 109 aus 2 Maschinengewehren in der Nase, also oben auf der Motorhaube drauf, und 2 Maschinenkanonen in den Tragflächen. Diese Maschinenkanonen und Maschinengewehre waren die drei Typen. Vickers Browning mit 7,7 mm bei der Spitfire, das MG 17 mit 7,92 mm bei der Messerschmitt und das MG FF bzw. MG FFM, das war eine weitere Variante mit 20 mm Kaliber. Das MG FF, das ist leider etwas verwirrend bei den Deutschen, war in Wirklichkeit eine Maschinenkanone, kein Maschinengewehr. Eine Maschinenkanone unterscheidet sich vom Maschinengewehr darin, dass sie Granaten verschießt, also explodierende Geschosse und nicht nur Kugeln. Schauen wir uns mal einige wichtige Kenndaten an. Das ist beim Vickers Browning mit 1100 Schuss pro Minute ungefähr die Kadenz und 800 m pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Das variiert natürlich von Geschoss zu Geschoss. Ähnlich beim deutschen MG 17 auch ungefähr 1100 Schuss pro Minute. Ja, es gibt höhere Angaben beim MG 17, aber die deutschen MG 17 schossen durch den Propellerkreis bei der Messerschmitt und das hat die Kadenz, also die Feuerrate etwas runter reduziert. Es gibt da auch unterschiedliche Angaben in der Literatur, aber man ist ungefähr bei 1100 Schuss in der Minute. Die Mündungsgeschwindigkeit der Standardgeschosse ist etwas höher, aber auch hier gibt es beträchtliche Schwankungen je nach Geschosstyp. Und wenn wir uns dann das MG FF bzw. MG FFM anschauen, dann sehen wir, dass das 550 Schuss pro Minute verfeuert. Und die Geschosse sind auch deutlich langsamer mit etwa 600 m pro Sekunde, schwankt auch wieder deutlich je nach Geschosstyp. Hier sieht man, dass das größere Kaliber schon einige ballistische Defizite verursachte. Wenn es dann um die Wirkung im Ziel geht, dann habe ich das mal aufgelistet für einen einsekündigen Feuerstoß. Dann haben wir bei der Spitfire 8 MGs, die verschießen in einer Sekunde 200 Gramm Kugeln. Und zusammengerechnet sind das dann 1624 Gramm. Ich muss dazu sagen, das ist ein theoretischer Wert, der hat viel damit zu tun, dass man ein bestimmtes Geschoss verwendet. Die Gurtung konnte durchaus unterschiedlich sein, also es konnten auch verschiedene Geschosstypen verfeuert werden. Das heißt also, was ich hier präsentiere, ist ein theoretischer Wert und das gleiche bei der Messerschmitt 109. Aber hier sieht man doch, was für ein Game Changer die Kanone war. Denn die Kanone verfeuerte ein deutlich größeres Geschossgewicht als die Maschinengewehre. Und zusätzlich zum Geschossgewicht befand sich ja in den Geschossen Sprengstoff. Und das konnten bis zu 330 Gramm pro Sekunde sein. Das ist dann schon enorm. Das heißt also, es kommen nicht nur Geschosse mit einer kinetischen Wirkung auf die Zelle des feindlichen Flugzeugs, sondern an der Zelle entsteht dann eben noch diese Explosionswirkung. Das heißt, man kann schon sagen, dass der Feuerkraftvorteil der Messerschmitt 109 insgesamt beträchtlich war. Beide Waffentypen hatten auch ein paar Schwierigkeiten. Bei der Spitfire war das Browning einfach zu schwach. Also es gab viele Episoden, wo also Brownings auf deutsche Bomber schossen. Deutsche Bomber waren relativ widerstandsfähig gegenüber dieser Waffe mit ihren Metallflugzellen. Und da gab es eine Episode, da haben mehrere britische Jagdflugzeuge auf einen Bomber geschossen mit 7000 Schuss. Und der Bomber ist aber dennoch entkommen. Es gab Vorfälle, wo also Bomber mit hunderten Treffern noch nach Hause gekommen sind, weil die Geschosse einfach keinen großen Schaden angerichtet haben. Das war bei dem deutschen MG-17 ähnlich, aber die hatten ja die Maschinenkanone, um das eben auszugleichen oder zu übertreffen. Diese Maschinenkanone hatte aber einige Schwächen. Und zwar hatte ich ja schon erwähnt, die Geschosse waren langsam, die Feuerrate gering, der Munitionsvorrat betrug nur 60 Schuss und sie waren anfällig auf Witterung. Gerade im Herbst gab es dann wohl Ausfälle von MGFF oder konnte es eben zu Störungen oder Klemmern kommen. Aber insgesamt hat das die Feuerkraft der Messerschmitt 109 nicht dramatisch geschmälert. Und damit sind wir beim Ergebnis unseres Vergleichs. Wie ist denn jetzt unser Vergleich ausgefallen? Fangen wir an mit der Geschwindigkeit. Da würde ich sagen, die Muster sind sehr ähnlich. Ich würde hier aber tendenziell einen leichten Vorteil bei der Spitfire sehen, aber der ist sehr schwach. Also insgesamt kann man sagen, in der Geschwindigkeit waren die Flugzeuge sehr ähnlich. Wenn wir über das Steigen reden, würde ich sagen, waren die Flugzeuge auch sehr ähnlich. Hier würde ich einen leichten Vorteil bei der Messerschmitt 109 sehen, einfach weil sie tendenziell das günstigere Leistungsgewicht hat. Das heißt also, ihr Motor muss etwas weniger Gewicht schleppen. Der nächste Vorteil der Messerschmitt 109 im marginalen Bereich ist das Stürzen. Wie gesagt, die Spitfire konnte bis zum Ende schnell stürzen, aber die Anfangssturzgeschwindigkeit der Messerschmitt 109 war wesentlich besser. Und das war taktisch schon ein gewisser Vorteil. Aber wie gesagt, auch hier würde ich diesen Unterschied nicht so groß machen, wie er sich manchmal in den Beschreibungen von Autoren oder auch Piloten findet. Da gibt es noch eine Menge dazu zu sagen. Das mache ich vielleicht mal in einem späteren Video, warum dieser Vorteil nicht so groß war. Die Reichweite war sehr ähnlich. Also hier würde ich keinen der beiden Kontrahenten auf der vorderen Position sehen. Und ein richtig großer Vorteil der Spitfire war die Kurvenfähigkeit. Da denke ich, dieser Vorteil wird immer noch unterschätzt. Ich habe also versucht, in meiner Dissertation zu zeigen, dass es durchaus eine nennenswerte Anzahl von Abschüssen im Zweiten Weltkrieg gab, die im Kurvenkampf erzeugt wurden. Da wird manchmal dann behauptet, ja, das gab ja ganz andere Taktiken und Kurvenkampf war nicht mehr wichtig. Das würde ich nicht so sehen. Allerdings stimmt es schon, dass die meisten Abschüsse nicht im Kurvenkampf erzeugt wurden. Dazu würde ich vielleicht auch nochmal ein extra Video machen, wie das gekommen ist. Aber der wichtige Punkt für uns ist hier, dass die Spitfire diesen Vorteil hatte. Bei der Messerschmitt 109 ist es dagegen die Feuerkraft, wenn auch mit ein paar Einschränkungen. Und man muss dazu sagen, das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, dass diese Feuerkraft vor allen Dingen gut war gegen britische Bomber, gegen ein manövrierendes Jagdflugzeug. Hatte die Ballistik schon auch ihre Schwierigkeiten mit der Maschinenkanone. Aber wie gesagt, die Briten haben ja dann später ihre Spitfires auch auf Maschinenkanonen in den Tragflächen umgerüstet. Also da sieht man ganz klar, dass das auch von den Briten als Vorteil gesehen wurde. Damit wir das nicht vergessen, dass die Unterschiede zwischen den Piloten und Staffeln viel größer waren als die technischen Unterschiede zwischen den Flugmustern. Ich habe das hier mal aufgelistet für Spitfire-Staffeln in der Luftschlacht um England. Das sind die echten Abschlusszahlen, die ein Autor nachrecherchiert hat, nicht die gemeldeten. Und da sieht man, der Unterschied liegt bei 7,3. Also ein enormer Faktor-Unterschied. Der ist deutlich größer als alles, was wir jetzt zwischen Messerschmitt und Spitfire gefunden haben. Und auch das wird mal ein späteres Video, wieso diese Unterschiede existierten und wie man das einordnen muss. Zum Schluss möchte ich mich noch bei zwei YouTubern bedanken, nämlich einmal Military History Visualized und Military Aviation History, die mich bei der Erstellung dieses Videos unterstützt haben. Schaut euch unbedingt die YouTube-Kanäle der beiden an. Sie sind leider nur auf Englisch verfügbar, aber sie haben sehr hohen qualitativen Content im Bereich der Militärgeschichte. Und dann gebe ich noch die Empfehlung ab, wenn ihr die beiden Flugzeuge mal in echt sehen wollt, fahrt in das Royal Air Force Museum nach London. Das ist auf dem alten Flugfeld in Händen und sehr sehenswert. Und damit Tschüss und bis bald.